dem lieben dumme ja ja was hast du diese folge vor solarpanels bauen gelingt nach einer spannenden aufgabe ja also ich werde heute ich werde heute ein brine tower bauen hört sich interessant an so um solarpanel zu bauen ach hier fehlt noch so fuhr ab ja die ganze maschinerie funktioniert ja noch nicht alles hängt ja von brine ab wenn die wenn die blödheit einmal zuschlägt ja finde ich auch andere leute würden jetzt sagen wie viele abonnenten haben aufwechselbare zuschauer hätten jetzt schon geschrieben wo der fehler liegt ja gut sein heißen brauche ich redstone brauche ich gibt es da viele maschine die man kann es gießen jetzt hängt jetzt hängt gerade alles vom bohren ab okay ein prässe würde auch gehen Es ist wirklich ein Metall. Lock Cutting Machine. Und an. Hm. Elektromo. Oh Gott. Ja. Aha. Nee? Dann lassen wir. Ah. Geht der da. Ich brauche wahrscheinlich eine Schere dafür. Gut. Dann möchte ich jetzt wohl einen Brine Tower bauen. Eine glaube ich sehr lästige Aufgabe. Aber ist ja nichts zu ändern. Dann. Der Brian muss her. Ich hab keine Hammer mehr. Oh Gott. Und Schüss Flo. Ich bin schon wieder geflogen. Ist ja scheiße. Kann passieren, wenn wir mal eine ganze Zeit dünne her swap. Ja. Sollte ja hoffentlich Folge zu Ende sein. Was sollte zu Ende sein? Das hin und her swipen. Achso. Zwischen Welten. Ich würde hoffen wir jetzt mal genug sein. Ein Hammer. Dann brauche ich mal ein Hammer. Er hat zwölf Stück davon. Ein Hammer. Himmer. 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 So dann brauche ich eine. Cutting knife. Schere. Whatever. Oh nein. Okay. Dann brauche ich eine. Ich brauche... ...wine... Ich brauche schon ein paar mehr... Statt mir Maschinen zu bauen... Bauenskontor ist ja ganz einfach... Schauen wir mal... Ja, da steht mir schon wieder mal die Unvorbereitung nicht geschrieben... Weiß nicht so... Da habe ich keinen Account... Statt... Ok, warum funktioniert das? Ach nein... Du hast gesagt, du wolltest Kupfer loswerden, ne? Ja, wieso? Ich brauche ein bisschen was... Was heißt bisschen was? Äh, warte mal... 1, 2, 3, 4... 8, 9... Warte mal... Brauchst du da mehrere... Hier... Ne Menge ins Deck ungefähr... Also es ist ja... Ne... Ich habe es glaube ich noch sogar selber... Großes... Zumindest wenn ich es finde... Ab in meine neue automatische Wartenlage... Schaut... 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 Hmm, das wird ja witzig, zu automatisieren. Frage, packe ich den Zeitraffer? Au, 19 ganze Kabel, das auf mich. Damit kann ich nochmal... Mensch! Ach, nein. Ach, nein. Der E-Button. Oh, der W10-Platten. Oh! Oh, oh, oh. Ich hab keine Hand mehr. Die Ressourcenverständigung, was ich hier mache. Muss ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja mal sie machen. Oh, du wirst- Ich brauche auch eine weiter Ich brauche dafür auch rubber Osmium und einen Ofen Osmium Redstone habe ich einen Das wird erreichen Uiuiuiui So Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Schauen wir mal Was ist das Ich brauche 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 Wie heißt diese Kappe Tun die blödes Eisen Was Das ist Ich brauche Ich brauche Ich weiß Wie das funktioniert Jetzt habe ich mir gar keine Ahnung wo man 1 im system und verzweifelst du? naja wann ich möchte dass er akaziumwurz plantet dann muss ich immer das akaziumwurz aus dem me system rausnehmen und wieder reinsetzen aber das ist immer kacke weil du musst immer außen rein weil das legt automatisch nicht nach jetzt probier ich das zu machen hier siehst du den level ermittler redstone geleuchtet ich hab keine schauen gibt es hier eine karte keine ahnung von das ich glaub das ist die wäre dann in dem fall die die invert in werter card aber ich garantiere für nichts in werter kann ich guck mal nach und die in werter heißt auch umdrehen ne das wärs dann auch nicht so wir haben mit mir angezeigt da sind die ganzen karten hier bin mir grad nicht sicher aber ich glaub ich hab das dann ich glaub wir hatten das über ein mini me system gelöst was quasi nur dafür da war beziehungsweise über eine me chest redstone card ich hab mir gut von euch dass es eine redstone card sein könnte wie halt ein signal ausgibt denn dadurch jetzt neu geladen wird weiß ich gar nicht mehr als bald sein geht da nicht ne und das bisschen jolt ich möchte schon meine redstone card die man nicht einsetzen kann e g wenn ich muss auf plan b zugreifen gefällt mir nicht glaube ich haben wir open blocks drauf äh nein doch haben wir ne weiß ich nicht haha ich sag einfach nein weil es lustig finde aha hab sie nicht schon blockplacer woher kommen wir da ich mach einfach mal blockplacer ein woher denkst du nicht so weit an dein scheiß eisen hat meine eisenspitzhacke kaputt gemacht pushy shape card simpel sterling genitzt ich würde gerne wissen was für motto damals war wie er diesen block hatte blockplacer blockplacer ich brauch dropper ich brauch dropper ob es damit funktioniert das wäre natürlich tool mach kaputt dominik ja mach kaputt war ja nicht teuer hm warte rein so vielleicht zirka Wollen wir die nicht mal nach vorne setzen? Wollen wir mal aus dem ME-System Sachen rausziehen, dafür brauche ich einen Export. Ich bin ein bisschen verwirrt mit den ganzen Sachen. Und Plan B ist dann was? Mit dem Blockplacer von MyFactory machen. Das ist einfach aus dem ME-System rauszuziehen, das in den Blockplacer zu packen und das dann da platzieren zu lassen. Das klingt ja fast sogar spannend. Nein! Nein! Nicht wirklich! Aber gut! Muss doch keiner wissen, ne? Brauche ich noch eine Baum-Farm? Ich brauche noch eine Baum-Farm. Ich habe Glitch schon mal vorgesorgt. So, das muss ich dann automatisch craften lassen, dafür brauche ich einen Autocrafter. Warum Farben? Warum? 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 Ich bin verwirrt. Ich verwirr mich nicht. Nicht cool. Ich verwirr mich nicht. Das ist nicht verwirrt. Ihr verwirrt. Ja, aber warum? Lustig. Ist daran lustig. Jaa, du bist verwirrt. Das ist lustig. Das reiht vollkommen aus. Aha, witzig. Ich brauche einen Autocrafter. Wer hat den besten Autocrafter? Außer NIO Äh, ME? Ahaha, ich dauere ein bisschen, bis ich zu weit bin, oder? Ich weiß nicht Das ist immer so schlimm, die Zeit von ME zu machen Du brauchst genug Speicher, dass die Craft, also du brauchst genug RAM, in Anführungszeichen, dass sie Habe ich nicht Große Rezepte craften können Und früh, umso mehr Aufgaben dazukommen, umso mehr Brauste Ich brauch 64er Zellen wahrscheinlich Oh, traurig Ja, flieg auch Weißt du, was auch echt traurig ist? 20 Minuten sind schon wieder um Ach, kein Schmerz Doch Schwert wahnsinnig Hast du auch diese Folge nichts erreicht? Nee, nicht wirklich Dann sind wir schon zu zweit Die ganze Zeit nur in der Ergang gefüllt Ja, ich auch, und ich hab nichts wirklich was erreicht Nee Eigentlich war der Plan, dass ich eine riesige Cotton Farm mache, aber nicht so ernst Eigentlich war der Plan, dass ich ein Brine Tor baue Hat auch nicht ganz funktioniert So Dann würde ich mal sagen, das war's von der Folge Wir sehen uns das nächste Otto Ryan Tschö Tschö Brü 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 Brü